Es ist mal wieder Samstag, ich drehe mich mal zum Licht, ist ein bisschen besser, also es ist mal wieder Samstag, sorry für die Soundqualität, ich habe kein Mikro drauf gerade auf der Cam, ich war gestern noch bei einer Einladungsparty von einem Kumpel, dementsprechend bin ich etwas fertig, aber jetzt geht es gleich erstmal ins Studio, weil Nico ist da, immer am Caps shooten oder Fotos von Caps machen und da schauen wir mal, wie wir uns noch ein bisschen helfen können beim Aufbauen und so und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt, also auf geht's. Ich renne vor dir weg. Jetzt nimm dir weg. Wir shooten heute Mode. Mode? Mode. Was für Mode? Kopfnmode. 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 Kopfnmode, finde ich cool, ist mein Lieblingsmode. Meine nicht, mir steht Kopfnmode nicht. Mir steht Kopfnmode. Okay, dann schauen wir mal, was sich da verpaziert. Während die Jungs drinnen jetzt gerade am shooten sind, fahren wir jetzt erstmal in den Baumarkt, wir müssen nämlich noch ein bisschen Kram besorgen. Einerseits morgen für so ein paar Fotos, andererseits für Sachen, die wir eh noch brauchen, fürs Laufen und so weiter. Und dann rollen wir jetzt los, nech? Zieh. 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 Viel zu überbillig, wenn man rauskommt, halt erstmal bleibt ne 18 rein. So, wir sind back aus dem Baumarkt und ja, wir drehen noch ne Runde im Kreise. Nee, wir fahren auch noch zu Lidl. Ja, ja, super. Und zu alten Lidl müssen wir auch noch. Zu Lidl auch noch. Ach du Scheiße. Yay. Wir haben jetzt jedenfalls einen Haufen Bretter, wie ihr sehen könnt. Da hinten, ne, so Platten für das Schloft und für bei mir zu Hause. Und was wir damit machen, seht ihr, wenn es soweit ist. Und jetzt geht's Lidl-Döner zurück nach Hause. Yeah. Wie liebst du, was hast du gemacht? Was habt ihr noch gemacht? Fragt nicht. Aus den geplanten 2 Stunden Shooting im Studio wurden dann spontan 6 Stunden Shooting im Studio. Und den Outdoor-Shoot haben wir einfach weggelassen. Aber auch dem Wetter geschuldet, weil es hat dann doch geregnet. Aber ansonsten haben wir ganz viele geile Produkt-Shots und geile Model-Shots gemacht. Ist sehr erfolgreich gelaufen. Ja. Sehr nice. Sehr nice. Hallo, was gibt es? Ich frage mal. Wir haben Dinge gekauft. Ah ja, stimmt. Warum? Was? Wieso? Wir sind im Baumarkt gefahren, um ein Brett zu holen für Robots Shooting und natürlich noch ein paar Bretter zu holen für unser Loft und natürlich noch Kanthölzer. Jetzt haben wir das alles hier liegen. Wir fangen wahrscheinlich erst morgen damit an, weil es ist halt schon ein Aufwand so. Und dann haben wir hier gesessen und festgestellt, dass wir das Brett für Robots Shooting vergessen haben. Was auch immer, er sich dann für eine Lösung für morgen ausdenkt. Aber ey, da muss er jetzt kreativ werden, da wird er was finden und dann wird das Shooting morgen aus. So, ja, das war's dann halt auch für heute und für den Blog. Viel mehr passiert heute auch nicht mehr außer ein bisschen Bearbeitung, ein paar Sachen fertig machen. Und dann geht's morgen weiter, wenn morgen Sonntag und Sonntag heißt's wieder arbeiten. Wie immer. Also, bis dann. Tschö. Und wie fett sehe ich aus? Wie immer. Fand ich jetzt lustig. Was tun Sie heute? Ich renne vor.